Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohnen hintreten könnt. So im Lukas-Evangelium. Natürlich schaffen wir das nicht, alle Zeit zu wachen und zu beten. Aber wir dürfen auch den Blick auf Jesus Christus nicht verlieren, der in diese Welt kommen wird. Vielleicht ist er schon da und wir nehmen ihn gar nicht wahr. Vielleicht ist er schon da und wir wollen ihn gar nicht wahrnehmen, weil wir ihn noch gar nicht brauchen können. Was soll der jetzt in meinem Leben? Was soll der jetzt schon in meinem Glauben? Wachen und alle Zeit beten heißt aber auch, dass wir nicht verschlafen sind, dass wir ausgeschlafen sind. Dass wir etwas zu sagen haben zu den Zeichen der Zeit, auf die Fragen der Menschen, auf die Probleme der Menschen und ihr Leid, ihre Trauer und Angst, die wir mittragen, mitgehen sollen und können. Ausgeschlafen sein heißt, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein, eben für die Dinge des Lebens, die für mich oder an mich auch als Christ herangetragen und herangetragen werden, ja, wo man an mich herantritt mit Fragen, Antwort suchend. Wacht und betet so, möchte ich das übersetzen, dass wir allen Menschen Frage und Antwort geben können. Mit dem Segen Gottes können Sie das ganz bestimmt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wacht und betet so, können Sie das ganz bestimmt im Namen des Vaters, 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 des Vaters. Wacht und betet so, können Sie das ganz bestimmt im Namen des Vaters.